Warum auf die Jugendfreizeit? Ja. Welche denn? Im Juni in Wittenberg. Ja, weil wir da alle zusammen sind wieder. Florie, warum freust du dich auf die Jugendfreizeit? Weil ich da welche zum Tischtennis spielen hab. Hey ihr, warum freut ihr euch auf die Jugendfreizeit? Weil wir zusammen musizieren können. Auf Lekker Eschen.